Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und wir haben heute ein Lucky Block Race Battle. Was wir machen werden? Ich bin links, du bist rechts und wir müssen halt erstmal die Sachen aufmachen und am Ende haben wir noch einen epischen Kampf zwischen uns beiden. Wenn wir nicht bis dahin schon irgendwie tot sind oder so, ich weiß nicht. Und ich würde sagen, auf die Plätze... Ey, 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 geh auf die Linie, ja? Ich bin genau auf der Linie. Fertig? Warte, ich esse noch was? Los! Los! Oh, ey, was ist das denn? Oh, oh, ich geh hier nicht drauf. Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist das? Oh, Enderperlen. Ey, meine Enderperlen. Oh, oh, ich hab Levitation. Oh, oh. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Ich hab ein Drachenei. Ja, moin, das lege ich hier hin. Oh, Moment mal, ich glaube, guck mal, was ich hier bekommen habe. Hier, bitteschön. Die greifen die dich jetzt ein. Oh, oh. Weißt du, das kann ich... Soll ich das auch machen? Nein! Ey, hör auf mit dem Fall. Oh, Hilfe. Ja. Oh, nein, das darfst du nicht machen. Guck mal, was ist hier für... Oh, mein Gott, ich hab neue Lucky Blocks bekommen. Und die schubst mich einfach runter. Was ist... Oh, mein Gott, das... Ich hab... Ich hab... Ich hab einen Bau. Warum ist er hier... Oh, mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Ich sag's dir. Nein, renn. Oh, was hab ich denn hier? Okay, ich kann... Nein. Oh, nein, Kata. Oh. Guck mal, was ich habe. Ja, geh weg. Ich sterbe. Ich hab einen Jetpack. Ja, ich sterbe. Oh, nein. Warum sind denn die so stark? Ich kann die nicht mal anhitten. Guck mal, Kata, was ihr bekommen habt. Guck mal, den Lucky Block. Dann hab ich einen Fantasia-Lucky Block bekommen. Und einen Rainbow-Lucky Block. Oh, mach die mal auf hier. Ich will's sehen. Welchen? Äh, alle. Äh, okay. Zack. Ist er auf meiner Seite? Oh, nein. Hä? Schießt er auf? Geh weg. Auf wen schießt er denn? Ich weiß es nicht. Okay, ich mach mal Fantasia auf. Kuchen. Okay, meine Mittag ist von der Kuchen. Okay. Und den Rainbow-Lucky Block. Oh, wow. Ich renne. Oh, hier liegen noch ganz viele Sachen davon. Das sind meine. Zack, 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 zack. What? Oh, Mann. Das sind meine Sachen, glaube ich. Ich glaube, die sind nicht so gut. Oh, guck mal, Kata. Ich bin ein Miner. Hallo. Hallo. Das ist ja auch so was. Das ist ja cool. Oh, wow. Oh, das sieht voll süß aus. So. Das ist richtig gut. Was ist das denn? Ich mach mal hier weiter auf. Oh, jetzt guck mal zu mir, Kata. Was ist das? Oh, Gott. Warte, ich helfe dir. Danke schön. Oh, wow. Die sind nicht so, so, so. Äh. Die waren nicht so schlimm. Das stimmt. So, ich mach hier. Oh, wie süß. Kuppler, Kata. Hä? Nen Baby, Epic Star. Oh, mein Gott. Das ist echt süß. Warum bekomme ich hier die ganze Zeit Schaden? Oh, ich hab ne Glitzernde Leggings. Oh, das ist ja nice. Oh, was ist das denn? Oh, Hilfe. Oh, meine. Oh, Gott. Ich steuere falsch. Oh, das hasse ich. Wenn ich nach oben gehe, geht's nach unten und umgekehrt. Oh, wow. Das ist ekelhaft. What? Okay, ich hab einen richtig guten Drang gerade bekommen. Hä? Was passiert hier? Äh, Hilfe. Oh, Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Und? Stell. Okay, sehr gut. Was kommt hier raus? Oh, oh. Was denn? Oh, what? Oh, wow. Nein. Was wird das denn, Kata? Hey. Richtig gut. Ich hab ne Ender Dragon. Ich hab ne Ender Dragon. Du hast ne Ender... Oh, Gott. Oh, Kata, guck mal. Der Ender Dragon hat ja alles kaputt gemacht bei mir. Oh, warte. Aber das ist noch meine. Ja, das stimmt. Na, was ist das denn? Oh, was? Oh, ich hab ein Healing Bacon. Oh, guck mal, wie cool. Ein Healing Bacon. Oh, das ist cool. Hilfe. Meine Steuerung ist immer noch falsch. Äh, was ist hier los? Ähm, was passiert hier? Oh, ich hatte Aua. Ich hatte Schmerzen. Oh, guck mal. Oh, ich glaub, er mag mich. Hallo. Tschüss. Oh, wow. Du bist unsichtbar. Warum bist du unsichtbar, ja? Stimmt, das ist ja cool. Ein Golem. Hallo. Okay, Kata. Ich kletter hier schon mal hoch. Tschüss. Oh, nein. Hey. Ich werde das Race gewinnen. Warte, warte, warte. Hier sind ja noch. Oh, warte mal. Hier brennt sogar. Oh, eine Kiste. Oh, wow. Jetzt sind die Sachen weg. Zack, zack, zack. Okay, hier sind ein paar Minecats drin, aber es bringt mir eigentlich auch nichts. Was war hier drin? Hm? Hier ist gar nichts drin. Gar nichts. Ich hab eine gute Hose, glaub ich. Hey, wie? Ich hab eine Eis... Wo lang gehst denn du? Ab nach oben, Kata. Oh, hier ist ein Giant. Okay, ich krieg ihn aber. Okay, okay, ist runtergefallen. Hallo. Kata? Ja, bitte. Guck mal. Soll ich was kurz aus dir ausprobieren? Nein. Okay. Was ist das? Du kannst kein Damage machen. Ja, super. Was hab ich denn für den Bogen? Oh, der bringt mir gar nichts. Weg damit. Oh, wow. Ich hab keine gute Waffe bis jetzt. Ich hab noch gar keine Waffe bis jetzt. Okay, hier ist... Oh, hier ist auch nichts Gutes drin. Kommt hier was? Nee. Aber ich hab ganz viele goldene Äpfel dafür. Hallo. Oh, hey. Was ist das denn? Hilfe, Hilfe. Was passiert denn hier? Die greifen mich an. Was ist das denn? Was ist das denn? Gives a random good potion effect when eaten. Oh, nice. Oh, das ist gut. Okay, ich muss mal kurz mein Inventar lernen. Ich hab hier so viel Zeug drin. Äh, so. Oh, nice. Ich hab ein Hundi. Wie süß. Oh, warum hast du so süße Sachen? Oh, der ist so süß. Okay, was hab ich jetzt gerade bekommen? Ich glaub, ich hab gute Sachen. Oh, echt? Okay. Oh, Killer Bunny. Nee. Das ist genau dasselbe, was du hast. Okay, ich muss dir aber... Ich krieg die da und das sind gute Items drin, glaub ich. Das sind sehr gute Items drin. Ähm, zack, 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 weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ich hab, glaub ich, ne komplette Astral... Ja, ich hab ne komplette Astralrüstung, glaub ich. Super für dich. Und ich? Ich hab gar nix. Oh, guck mal, Katja, ich bin Zauberer. Oh, wow. Katz! Oh, nur ein Katz hier. Oh, ist die süß. Wie cool ist das denn? Oh, wie süß, wie klein die sind. Das ist richtig süß. Ähm... Oh, 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 what? Hilfe! Was war das denn? Ja, gut. Kann das durch... Kann das durch dich oder durch mich? Durch mich. Och, Mann. Oh, wow. Oh, nein, meine ganzen Sachen sind fast kaputt. Da ist, glaub ich, ein Meteorite explodiert. Ja, guck mal, tatsächlich. Oh, oh. Ist da was drin in dem? Oh, das kann sein. Ich muss mal kurz hier rüberhauen. Oh, ich hab gar keinen Astral-Spitz-Sacke. Oh, wow. Oh, da ist ein Fire-Charge drin, okay. Ich geh mal schnell wieder zu mir. Zack. Moment mal, meine Lucky Blocks, die schweben hier in der Luft. Ja, die werden dann runter... Da ist... Da war grad was ganz Gutes, glaub ich. Ist grad runtergefallen. Hilfe. Was? Look up. Nein, ich rette dich. Raus von mir. Dankeschön. Okay, was war hier drin? Okay, ich glaube... Hier ist ein Astral... Okay, mit dem kann ich was handeln. Aber ich hab leider nichts. Oh, noch Rüstung. Okay, weg damit. Oh, ich hab ganz viele hier. Oh. Was denn? Ganz viele. Nein. Oh, Gott. Nein. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, Gott, was wird das denn, Karte? Oh, hier ist ja auch noch eine. Oh, was ist das denn? Schau, ich geh weiter. Tschüss. Tschüss. Oh, guck mal, das hier ist ein Cropper-Kater. Moment. Und ich muss das Wasser treffen. Und... Aber hier sind doch noch voll viele... Und hier sind doch keine Sachen mehr. Ja, für mich nicht mehr, nein. Oh, Gott. Okay, ich muss auf jeden Fall mal was essen. Und, schaffst du den beim ersten Mal? Oh, sehr gut. Okay. Hier ist eine Kiste. Goldene Äpfel für mich. Nimm, nimm, nimm. Patsis. Oh, süß. Nyao. Oh, what? Was hab ich denn hier für eine Kiste? Oh, nö. Geht weg, geht weg, geht weg. Was ist denn da? Ey, hier sind hier so diese Walker. Ah! Oh, oh, Gott. Okay, ich wollte dir irgendwo gerade helfen. Danke. Oh, oh. Oh. Random Potion. Okay, wir haben, glaube ich, was richtig Gutes bekommen. Okay, warte, ich muss mal ein paar Sachen wegschmeißen. Ich hab auch viel zu viele mehr im Mittag gerade. Meteor. Oh, Gott. Super. Meine Sachen sind auch kaputt wegen dir. Sorry, was soll ich denn machen? Weg damit, weg damit. Gott, Makata, wie hoch ich springen kann. Yeah, yeah. Oh, ich auch. Oh, du auch. Richtig gut. Okay. Wow, okay. The worst day ever. Okay, der schlimmste Tag ever. Okay, das ist eine Potion. Die hört sich schon mal an. Oh, oh. Oh, ich hab eine Pyramide bekommen. Oh, Gott. Hilfe. Hilfe, wie viel Fall kommt denn hier raus? Ich bin runtergefallen. Tschüss. Bye. Ach, Mann. Oh, was ist das denn? Oh, Poisonless Mage Rope. Ah, das hast du auch, ne? Ja. Oh. Warum hab ich ihn? Guck mal. Was denn? Dream Tom's Lucky Heads. Oh, sehr cool. Ah, kann ich das auch ziehen? Lol, guck mal. Ich hab mich selber... Als Kopf. Hilfe. Schnell, die Sachen öffnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast dich selbst als Kopf. Wie cool ist das denn? Das ist nice. Aber guck mal, wie komisch ich runtergehe. Hoppala. Danke. Bitte schön. Oh, wow. Potion of... Oh. Oh, wow. Oh, und kommt da was Gutes raus? Was ist da rausgekommen? Ist einfach an mir vorbeigefallen. Äh, was ist das denn? Was denn? Irgendwelche guten Sachen sind an mir vorbeigefallen. Oh, nein. Oh, ich hab was Gutes. Oder auch nicht. Was ist das? Oh Gott. Hier ist das Schwert, aber das Schwert macht damage. Was ist denn hier los? Oh, what? Was war das denn? Ich weiß nicht. Es hat sich groß... Oh Gott, das waren 100.000 Gasts. Okay, komm. Oh, wow. Ich hab Enderperlen. Ja. Oh, ich hab Angst. Oh, nein. Ich seh nix mehr. Du siehst nix mehr? Ich seh nix mehr. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich hier gerade? Hä? Warum seh ich denn... Oh, das ist irgendein... Ich hab irgendeinen komischen Nebeneffekt. Und den hab ich... Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt hört es langsam auf. Was passiert hier denn? Oh Gott, ich hab auch eine richtig schlechte Sicht gerade. Oh, nein. Ich hab schon wieder eine richtig schlechte Sicht. Und mir ist... Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich seh nix. Oh Gott, mir wird schwindelig. Find the Netherstar. Ich hab hier doch fast schon geguckt. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das denn? Oh Gott. Oh, Gott. Äh, es bleibt ein bisschen... Ich bin runtergefallen. Ey, ich hab jetzt tausend Sachen. Oh nein, was passiert hier? Oh mein Gott, ich hab voll was Süßes. Oh, ich seh nix. Hallo. Hallo. Oh, du hast doch ein paar Lucky Blöcke zu öffnen sich gerade. Ja, ich seh ja nix. Ich bin ja... Oh nein. Hast du keine Milch oder so zufällig? Äh, nee, leider nicht. Ach man. Oh, ich hab noch so viele Lucky Blöcke. Oh, sehr gut. Zack. Ich bin gleich fertig hier. Extra live. Okay, noch meine Hose. Die hab ich schon. Ein Golem. Zack, hier rein. Und was bekomm ich da raus? Oh, okay, wieder Enderpearl. Und schon wieder ne Brunnen bekommen? Oh. Ender Dragon. Ender Dragon. Oh Gott. Hilfe und ich schwebe. Oh nein. Tschüss, Gute. Ich flieg hier weg. What? Wie gut ist das denn eigentlich? Oh Mann. Ich hab 20 Sekunden. Kann ich jetzt über dich hinwegfliegen? Guck mal, ich bin über dir. Hallo. Ja, du siehst alle schönen Sachen, die ich bekomme. Ähm. Ich kann aber zum Ziel fliegen, Tata. Wow. Was ist das? Ich flieg zum Ziel. Tschüss. Hilfe. Was denn? Was hast du denn da? Ich weiß nicht, was das ist. Und ich bin beim Ziel. Echt? Yes. Und. Komm weiter. Und. Tada. Sehr gut. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir beide rüsten jetzt die besten Sachen aus und kämpfen dann gegeneinander. Das geht's. Okay, wir sind jetzt ausgerüstet. Und wir haben jetzt nicht vielleicht das Beste vor allem. Warte, was hast du eigentlich für ein Schwert? Ja, ich habe ein Diamantschwerter ein bisschen verzaubert auf jeden Fall. Ja, gut. Also, Moment mal, du hast auch eine andere Rüstung, ne? Äh. Ich bin so kleiner Zauberer. Guck mal. Also, ich habe überall Match, Match und dann habe ich hier unten Jets, aber irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen kann. Okay, ich bin bereit. Okay. Okay, dann würde ich sagen, auf los geht's los. 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 Oh, ich habe eine Epic Lucky Portion gerade gedruckt. Oh. Komm, Katja, komm zu mir. Tschüss. Oh, 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 hör auf. Du warst... What? 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 Was habe ich denn für ein Schwert? Okay, ich habe Schafniss 10. Warte mal, was ist denn das für... Wie viel macht denn deines Damage? Ähm, 20. Meins macht 6. Sechs. Oh, das ist ja fast gar nichts. Okay, pass mal auf. Warte mal, wir machen gleich mal weiter. Ja. Moment. Ich trinke noch ein paar Sachen. Äh, okay. Bin gespannt. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los geht's. Los, hier bin ich. Oh, Hilfe. Hey. Du warst One Hit. Was? Du warst One Hit. Aber ich habe dir auch einen Trank hingeschmissen. Oha. Meine ganzen Sachen sind auch weg, also... What the heck? Okay. Ich glaube, das ist... Oh, das ist ein bisschen... Hey, was sagst du hier? Oh. Äh, warte, warte, ich muss... Oh Gott. Hä? Ich kann auch gar nicht richtig mit dem schlagen. Guck mal. Was ist denn das? Hier, bitte schön. Was ist denn das? Ich bin... Oh, ist wieder Fallstrom, Kater. Ist wieder Fallstrom. Hilfe. Oh Gott. Alter, dieses Schwert macht mich gar... Du hast... Was passiert hier? Warte auf damit. Du hast Levitations. Ja. Nein. Das ist doch einfach eine Sache. So, das reicht mir aber. Bitte. Oh Gott. Oh nein. Ich habe auch Levitations. Ich bewege... Ich drehe mich gerade die ganze Zeit im Kreis. Ich auch. Alter, ich sehe nichts und drehe mich im Kreis. Was ist denn hier los? Wo bist du denn? Was ist hier los? Oh mein Gott, du bist so schwindelig. Warum dreht man sich denn im Kreis? Warte, ich sehe dich kurz. Hallo. Wo bist du? Ich schlag dich. Ich habe kein... Ah, doch, mein Schwein ist hier oben. Oh wow. Hä? Ja, ich habe auch noch diese falsche Steuerung. Ey, das ist... Oh Gott, ich wäre fast rausgelaufen. Oh Gott. Jetzt, 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 jetzt. Ich kriege dich. Weg mit dir. Wow. Danke. Ja. Oh, ich bin durchs Loch gefallen. Ich bin durch das einzigste Loch in dem ganzen Ding hier gerade gefallen. Oh what? Hör auf, du bist. So, goldene Apfel. Nichts mehr. Ich habe ganz genau noch diese Potion, aber ich glaube, die macht gar nichts. Schau mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wollen wir kurz das Schwert mal tauschen? Oh ja, gerne mal. Okay, schau dir mal mein Schwert an. Die deckt sich zwar richtig gut aus. Oh wow. Moment mal, unser Arena brennt ab. Unser Arena brennt ab. Hallo. Oh Gott. Du hast mich mit zwei Schlägen. Und, ja, okay. Und du hältst, oh Gott, okay, das Schwert ist richtig stark. Das ist mega krass. Man hat sich gar keine Chance dagegen. Komm, zu mir. Ey, ich krieg den. Oh Gott, ich habe keine Chance. Ja. Das ist richtig, richtig heftig. Oh Mann, ey. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze gefallen hat und ob ihr mehr sehen wollt. Willst du uns freuen? Und unsere ganze Arena ist weg. Nein. 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 Ich wollte die ganze Zeit runter. Oh je. Ich habe mich gerettet. Das war richtig cool. Das war mega nice. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.